Hallo meine Damen und Herren, hier ist Chantal, liebe Wetterfee, ja. Ich bin jetzt nochmal schnell auf den Balkon gegangen, weil es ein komisches Licht gab. Das sehen Sie vielleicht jetzt nicht so, aber es ist blaues Licht und es wirkt, als wenn Außerirdische im Anmarsch sind, ja. Und die Außerirdischen bringen uns komisches Wetter, ja. Es ist windig, vielleicht hören Sie es auch schon wieder, dass es pfeift, seitdem die Außerirdischen in der Umlaufbahn sind. Pfeift es. Und, ja, ansonsten lassen wir uns überraschen, was die uns noch bringen. Ja, ihre Chantal.